Diese Gleichung wird Exponentialgleichung genannt, weil die unbekannte x als Exponent auftritt. In dieser Gleichung tritt die unbekannte x nur in dieser Form 3 hoch x auf. Also stellen wir 3 hoch x gleich y. Und in dieser Gleichung ersetzen wir 3 hoch x da und da durch y, dann führt das zu dieser y-Gleichung, die wir sofort mit y multiplizieren. Und somit erhalten wir diese Gleichung zweiten Grades in y. Die zwei Lösungen dieser Gleichung sind 1 und 2. Testen wir durch die Formel von Vietta. 1 plus 2 macht 3. Stimmt. Wir haben also zwei y-Werte gefunden. Aber Vorsicht, die Übung ist nicht beendet. Denn nicht y wird gefragt, sondern x. Also nicht vergessen, back to x. Der erste Fall y gleich 1 führt zu 3 hoch x gleich 1. Diese 1 schreiben wir in diese Form 3 hoch 0. Und jetzt haben wir eine Exponentialgleichung der einfachen Art Potenz gleich Potenz mit derselben Basis. Dann können die Exponenten gleichgestellt werden, woraus wir schließen, dass x gleich 0 sein muss. Eine Lösung haben wir gefunden. Jetzt schauen wir noch den zweiten Fall. Wenn y 2 ist, dann bedeutet das, dass 3 hoch x 2 ist. Also so. Hier haben wir nicht links und rechts dieselbe Basis. Es ist aber eine Exponentialgleichung. Also können wir hier einen Logarithmus einsetzen. Ich habe den natürlichen Logarithmus gewählt. Es muss aber nicht unbedingt der natürliche sein. Wenn diese Zahl, die streng positiv ist, gleich zu dieser streng positiven Zahl ist, dann muss ln von der ersten dasselbe sein wie ln von der zweiten Zahl. Somit haben wir diese Gleichung. Und jetzt kommt die Wirkungskraft von einem Logarithmus. Dieser Exponent darf vor dem Logarithmus multiplizieren. Und zwar durch diese Logarithmus-Eigenschaften. Der Exponent b darf nach vorne, wo er multiplizieren wird. Und somit haben wir diese Exponentialgleichung verwandelt in diese Gleichung, die keine Exponentialgleichung mehr ist. Das ist eine einfache Gleichung ersten Grades in einer unbekannten. Jetzt brauchen wir nur noch durch ln von 3 zu teilen und haben somit eine zweite Lösung dieser Gleichung gefunden. Wir stecken beide Lösungen in die Lösungsmenge hinein und fertig.